Hallo meine Lieben, ich melde mich hier in einem totalen Reto-Video, nur damit ihr wisst, wo ich bin und dass es mir gut geht. Ich wollte schon weitere Videos hochzuladen. Ich habe hier schon ein Strandspazigangs-Video, das auch ein Mentaltraining-Video ist. Heute gedreht, bis dann der Christoph Schneiden wird. Und ja, ich denke an euch alle und das nächste Premiere-Video ist ja schon programmiert, das wir euch freuen. Ich wollte euch nur ein Lebenszeichen geben und euch zeigen, wo ich jetzt gerade bin. Mit diesen Eindrücken vom ausklingelnden Tag, hier ist es nämlich schon vier Stunden später, also halb sieben, 18.30 Uhr, mit diesen Bildern möchte ich mich abschneiden. Ich bin mehr da, bis sieben, bis sieben, bis sieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020